Wir sind hier im Anwar Beach, 148, ein super schönes Zimmer mit begehbarer Dusche, Waschbetten, ganz tolle Betten, super schön eingerichtet, ganz auf modern. Hier haben wir unsere Minibar, Kaffee, Tee, super schön eingerichtet. Das Einzige, was man hier aufpassen soll, wenn man oben ist, hat man keinen Balkon. Das ist der Nachteil. Man gibt eine Flasche Sekt aufs Zimmergestellbericht. Sehr schön. Ein bisschen Obst. Das ist der Nachteil. Das ist der Nachteil. Das ist der Nachteil. Stばien. lichesch